So, dann kann es mit dem Luftschiff hier losgehen. Ah, es gibt ein Ende der Welt. Da ist der Mana-Bomb. Hier ist es nicht irgendwie im nördlichen Wald? Ah, hier wahrscheinlich. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Ich will jetzt, bevor ich zum End-Boss gehe, ein bisschen rumgucken, ob ich hier noch was finde. Äh, es dauert mir zu lange. Hier ist doch aber gar nichts. Im nördlichen Wald. Es war auch nichts auf der Karte zu sehen. Ah, wahrscheinlich hier der. Ah, man muss... Darf es nicht berühren, sonst geht man wieder rein. Kartografie, habt ihr den verbotenen See gefunden? Ah. Habe ich wieder das normale Equip? Hm, hier gibt es wieder was. Sachlos, ich kann die gar nicht damit angreifen. So, ich muss von unten schießen, damit da oben die Fackel angeht. Also darf ich wahrscheinlich einmal rumlaufen. Ich habe fast das Gefühl, ich war hier schon mal. Aber kann ja eigentlich nicht sein, da ich einen Erfolg bekommen habe, als ich hier rein bin. Ein Kastall. Ach ja, das war das mit der Sicht umschalten. Wodurch man dann plötzlich in Sachen durchkommt, die vorher nicht gingen. Was haben wir denn hier? Einen Stern? Ja. War ja klar. Aber eigentlich laut dem Typen in der Stadt, in Agui, war ja... In der Nuriamine noch was. Hm. Komme ich nicht durch. Da ist noch eine Kiste. Ach, ich weiß wie. Und zwar... Papa. Bei der Baum war nämlich nur ganz klein. Hoch. So richtig weiß ich noch nicht, was mir das jetzt nützt. Ah. Wahrscheinlich einfach nur das hier. Ha, jetzt ist er weg. Aber wie werde ich jetzt wieder normal? Ich komme noch zum Kristall nicht wieder zurück. Und wenn ich jetzt rausgehe, nützt mir das, denke ich mal, auch nichts. Scheiße, ich hätte den Stein vorher wegmachen müssen, damit ich dann wieder rankomme. Da habe ich jetzt fast keine andere Wahl, als ganz rauszugehen. Das ist ja doof. Oh lau, beim Reingehen. Das ist ja doof. 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 Vielleicht habe ich ja Glück und die Steine... Ja, sie brennen noch. Sind das eigentlich auch Steine, die ich kaputt machen kann? Nein. Also, erst den kaputt machen. Dann den aktivieren. Hm, Silbert hätte ich gar nicht machen brauchen, weil es noch aktiv wäre. Hm, wie komme ich da oben hin? Ah, ich glaube... Yeah. Sind alles nur Steine, die ich nur finde. Sterne bis Steine gerade gesagt. Hier ist nichts. Da hinten war auf jeden Fall noch eine Kiste, die ich vorhin gesehen hatte. Oh, hier ist auch eine. Superstern von Evoland. Und ich habe 20 versteckte Sterne gefunden. Mhm. Ich weiß zwar nicht, ob ich es brauche, aber ich schieße einfach mal runter. Aber sieht nicht danach aus. Hier ist ein Kristall. Hier ist ein Kristall. Da haben wir einen Kiste. Rauskommt tue ich hier aber nicht. Hm-hm. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen? Ich suche immer noch eine Sprint-Taste. Ich frage mich ernsthaft, wo der Pfeil getroffen haben könnte. Jetzt muss ja dann irgendwo hier was weg sein. Oh. Ach, war nur ein Viertelherz, das geht ja. Ich schieße jetzt einfach noch mal kreuz und quer. Aber wahrscheinlich muss ich die Zeit anhalten und von hier noch mal schießen. Weil theoretisch hätte das ja jetzt hier so auf der Höhe sein müssen, wo dann was offen gewesen wäre. Aber hier ist nichts. Oh, das war doch sowas von ein Treffer. Oh, das war doch sowas von ein Treffer. Ich frage mich ernsthaft, wo das gewesen sein soll. Na toll. Jetzt habe ich irgendwas getroffen. Unten. Und das war ne... ein Vogel. Dann laufe ich jetzt noch mal zurück. Finde ich ein bisschen blöd gemacht. Also vom Rätsel her an sich geht's ja, aber... Man muss halt so blind links drauf losschießen, ohne dass man's sieht. Hätte man jetzt irgendwie so eine kleine Karte und würde das sehen, oder... Weiß nicht. Oder was ist eure Meinung dazu? Würde mich mal interessieren, ob das nur ich so sehe oder ob ihr das ähnlich empfindet. Ich denke mal, jetzt ist der kleine Baum hier weg, der hier war. Oder auch nicht. Den da... Da komme ich auch nicht durch. Ich kriege noch ne Macke. Ja. Ja. War das nicht direkt über mir gerade? Vor allem, ich will es auch nicht gehen, wo ich fast fertig bin. Denke fast fertig zu sein. Hm. Wenigstens kommen hier keine Zufallskämpfe die ganze Zeit. Waren da irgendwelche Steine, die ich vielleicht kaputt sprengen kann? Darauf habe ich jetzt wenig geachtet. Ich komme ja auch nirgendswohin. Der einzige Baum, der noch im Weg ist, ist der hier. Dass ich hier nicht durchpasse. Ja, der kann sich ruhig mal ein bisschen anstrengen. Prinzipiell kann es ja auch nur in der anderen Zeit sein. Ich kann zwar in dieser Zeit Fackeln anzünden, aber so einen Baum vernichten geht nur in der anderen. Oh leil, wie viel. Ein Fledermäuse sind da unten. Das Schlimme ist, man sieht es halt nicht. Man weiß halt nicht, was man jetzt getroffen hat. Ist das irgendwas von Vorteil oder... Ich kann hier gerne nochmal runtergucken, aber ich bin der Meinung, hier ist nichts. Das nervt, das nervt. Ich will hier weiter. Da ist nichts. Kein Stein, nichts, gar nichts. Ich habe an jedem Feuer in alle Richtungen geschossen. Oder liegt es doch an irgendwelchen Bomben. Aber es sieht nicht danach aus. Das ärgert mich, das ärgert mich. Ich will verdammt nochmal wissen, wie es jetzt hier weitergeht. Wenn ich wenigstens eine Karte hätte. Einfach von allen Seiten mal schießen, wo es geht. Ich habe irgendwo was getroffen. Wahrscheinlich hier. Was ist mein Problem? Ach nee, ich bin jetzt echt nicht so doof gewesen, oder? Es darf nicht wahr sein. Ich bin jetzt nicht so doof gewesen, weil ich jetzt nicht so doof gewesen bin. So, noch das Bäumchen weg und dann können wir an den Schalter ran. Ach man ey. So ein dummer Fehler. Ich suche alles ab und dann lag die Antwort direkt vor meiner Nase. Das ist ja wahrscheinlich wirklich nur noch die Mine, die fehlt, wenn ich hier so viele Sterne kriege. Hoch. Das wollte ich nicht. So, ich müsste es erfasst haben. So, wie sieht es denn hier aus? Da komme ich dran vorbei, aber da nicht. Jetzt komme ich aber nicht mehr zurück, außer das Ding geht weg. Oh, mal schräg aufgemacht. Noch einen Stern. Da habe ich doch fast alle schon, oder? 22 von 30. Na gut, ein paar sind es noch. Habe aber ganz schön viele hier bekommen. Oh, die Zephyros-Karte. Aber ich bin schon Champion. Hoch. Aua. Bomben schlagen ist keine gute Idee. Okay. Ach, gibt nur ein Viertel. Das ist bestimmt eh Ausgang. Tudum. Also über Gebirge kommt er nicht drüber. Ich nehme an, hier war ich. Hier konnte ich noch nicht gewesen sein. Wie war ich eigentlich? Kam ich hier durch? Ja. Bis dann ging es hier weiter wahrscheinlich. Die Noria-Mine. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.